Für das Müsli benötigt ihr folgende Zutaten. 1 Esslöffel Mandeln und 1 Esslöffel Rosinen. 1 Apfel, geviertelt. Dann eine halbierte Pfirsich und 2 Nektarinen, auch halbiert. Anstatt der Nektarinen könnt ihr auch eine Banane nehmen. 1 gehäuften Esslöffel Schmand, 1 gehäuften Esslöffel Sonnenblumenkerne und 2 Esslöffel Rafferflocken. Als erstes geben wir die Mandeln und die Rosinen in den Mixtopf. Und dann mahlen wir diese 10 Sekunden auf der Stufe 9. Und nun kommen auch schon alle anderen Zutaten dazu. Das zerkleinern wir jetzt für 5 Sekunden auf der Stufe 4. Euer fertiges Müsli könnt ihr euch nun in eure Frühstücksschüssel umfüllen. Und fertig ist euer Frühstück. Das zerkleinern wir jetzt für 5 Sekunden auf der Stufe 5. Untertitelung des ZDF, 2020